Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ich habe mich jetzt entschlossen, mich erst einmal, also den Garten erst einmal sein zu lassen und erst einmal Steine zu sammeln und, äh, wie heißt, diese Holzstäbchen halt, weil die brauchen wir ja auch für den Garten. Das heißt, das passt. Und dann können wir, ähm, dann können wir ja uns um das andere Zeug zu kümmern. Als allererstes geben wir ein, machen wir hier ein bisschen frei. Das kann weg. Äh, die, ne, die lassen wir mal da. Gehen wir mal kurz in den Garten, einsammeln, beziehungsweise nicht einsammeln, aber das Zeug verwerten. Inventar frei machen. Torf machen wir hier rein, das kommt rein, das kommt rein. Hallo? Jetzt. Und das hier, so. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir Steine sammeln. Oh, weiße Blumen können wir, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen, für später. Hä? Oh. Ja, wenn man die falsche Taste drückt, geht's natürlich nicht. Ah, klasse. Wir kriegen auch mehr von den Blumen. Durch dieses eine, durch diesen einen Teil da. So, Steine, Steine, Steine. 20 Stück brauchen wir. Gips. Das, äh, ne, die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Das war jetzt ein Fehler. Naja, kann nicht unbedingt einen Fehler, aber gebracht hat es auch nicht viel. Wo gibt's denn immer diese ganzen Hölzer? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Bei denen hier gibt's das... Ja, die haben viel gebracht. So, wie viele Steine haben wir nochmal gebraucht? Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich glaube, das waren's 10 oder 20. Der Destillationswürfel. 20 Stück. Acht Stück fehlen uns noch. Oh, das geht schneller, als ich gedacht hab. Und da unten kriegen wir auch auf jeden Fall hier nochmal, äh, Stöcke. Das ist auch schon mal gut. Ah, hier gibt's viele Stöckchen. Das ist doch schon mal gut. Da kommen wir doch jetzt halt ganz gut weiter. So, Bären können wir auch gleich noch sammeln. Gut. Wir haben genug Steine, haben wir. Komplexe Eisen, äh, komplexe Dinger bräuchten wir allerdings auch noch. Ja, außerdem will ich nur noch ein Alchemie-Regal hinstellen. Da brauchen wir auch noch weiteres von dem Zeug. Für den Alchemie-Regal brauchen wir... Ah, unter anderem vier von diesen Holzbalken. Wie viele von denen haben wir denn? Zwei. Zwei. So waren die zu machen. Hier waren sie zu machen. So. Das heißt, von denen haben wir genug. Alchemie-Regal, zehn Nägel, zwölf Balken bräuchten wir noch. Zehn Nägel und zwölf Balken. Da haben wir nur zwei. Nägel haben wir auch nur zwei. Oder, beziehungsweise... Einfacher. Ne, da brauchen wir aber komplexer. So, zehn Nägel. Hammer. Von denen brauchen wir jetzt definitiv noch zehn Stück. Also zweimal... Schlafen wir erst mal ein bisschen. Und hier können wir auch was kochen. Wie war das? Kuchen konnten wir noch nicht machen, weil wir noch keinen Teig hatten. Genau. Aber wo waren Dings? Radäpfel. Radäpfel zum Beispiel könnten wir noch machen. Wir geben jetzt nicht so viel, aber... Ja. Doch gar nicht mal so wenig. Wie viel geben die denn? Weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir gleich nochmal schauen. Die hier haben... Fünfzehn gegeben, die nur sechs. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so viel. So, jetzt haben wir acht Stück von denen. Zehn haben wir, glaube ich... Nee, zwölf haben wir gebraucht, gell? Das heißt, wir brauchen nochmal... Müssen nochmal wenige von denen machen. So. Alchemie-Regal. Vier von denen. Zehn Nägel. Hammer. Zwölf Balken. Hammer. Und der Destillationswürfel braucht nochmal acht komplexe Einheiten. Und dann müsste man eigentlich alles haben, was wir haben wollen. So, die Bären kommen hier rein. Das bleibt mal hier. Blumen. Die ganzen Blumen können wir noch brauchen. Die kommen ins Dings rein. Ja, das hätte man wegtun können. Den Dünger hätten wir auch wegtun können. Um Platz zu schaffen. Das heißt, die kommen weg, um Platz zu machen. Wir gehen nochmal ganz kurz in unseren Gemüsegarten. Und tun den Dünger weg. Ja, und auch das hier. So. Das hier rein. Was wollte ich reinmachen? Den Dünger wollte ich noch reinmachen. So, gut. Das sieht so viel besser aus, wenn der Zaun jetzt repariert ist. Wegen dem Teil müssen wir uns auch mal umschauen. Und da müssen wir, glaube ich, mit dem Inquisitor reden. Dass wir das vielleicht abkaufen können oder irgend so wie. Wir holen uns auch mal umschauen. Naja. Egal. Jetzt ist erstmal Montag. Wir holen uns neues. Neuen Glauben. Das dürfte es dir in Glauben geben. Ah, elf sogar. Nicht schlecht. Irgendwann muss ich auch diese Dinger hier verbessern, was wir machen können. Wenn wir Sand herstellen könnten, dann könnten wir die Sitze schon mal verbessern. Ich glaube, so weit haben wir eigentlich schon alles ganz gut aufgebaut. Naja, egal. So. Ich wollte einen Destillationswürfel. Den könnten wir eigentlich da unten hinbauen, zu dem hier. Ich denke, das passt ganz gut. Und wir wollten ein Alchimieregal. Und das bauen wir nämlich da hin. Und zwar kommen dann da die ganzen Injektionen rein. So. Das hier. Weil das geht nämlich hier rüber. Und dann, wenn wir die Injektionen haben, können wir sie nämlich ganz gut holen. Hier drüben gibt es ja keine Kiste. Oder hier kann ich auch keine Kiste machen. Dann machen wir nämlich die Injektion in dieses Alchimieregal rein. So. Perfekt. Und jetzt muss ich mal schauen, wie war das? Irgendwo. Handmischer. Irgendwo konnte ich doch... ...den Eisen. Na, das muss ich wahrscheinlich erst noch erforschen, oder? Silber meine ich nicht Eisen. Silber meine ich. Den müssen wir wahrscheinlich noch erforschen. Sonst können wir damit nichts machen. Silber-Nugget ist studiert. Die weiße Blume sollten wir auch noch machen. So. Weiße Blume haben wir auch. Silber-Nugget. Ich glaube, da müssen wir zur Mühle gehen. Ja, das ist der Handmischer. Das da ist die Mühle. Genau. Mühle. Da können wir nämlich das Ding verarbeiten. Und bekommen Silber-Staub. So. Und jetzt muss ich mal nachschauen. Silber-Staub haben wir jetzt. Ähm, Injektionen. Silber-Staub. Bleiben wir doch mal bei der Silber-Elexia. Da könnten wir auf jeden Fall eine Chaos-Lösung brauchen. Und für die Chaos-Lösung... ...müssen wir einen Fledermaus-Flügel verarbeiten. Einen. Ach, ich hätte es jetzt eigentlich wieder raus machen können. Und zwar... ...Lösung. Wer hat den Mixer gemacht? War das ja der Mixer? Ja. Fledermaus-Flügel. Hätten wir vielleicht sogar noch welche gehabt. Ich weiß es gar nicht. Chaos-Lösung. Silber-Staub. Und dann brauchen wir noch Ordnungsextrakt. Und die müssen wir aus einer weißen Blume machen. Und zwar hier. Ach, die geht von alleine. Mist. Naja, gut. Das heißt, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis wir das machen können. Aber wir können derweil schon eine... ...Goldinjektion... Nein, können wir noch nicht. Weil wir das noch nicht erforscht haben. Wir brauchen nämlich erst noch die Balsamia-Flüssigkeit... ...die hier. Und da können wir nämlich dunkle Injektionen, Silber-Injektionen und Gold-Injektionen machen. Und dann haben wir alle Injektionen, die wir freischalten... ...die wir brauchen. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, jetzt müssten wir eigentlich die Injektionen erstellen können. Gold-Injektionen können wir vier Stück schon... ...und das sind vier Stück. Die kommen da raus. Und da brauchen wir auch die kegelförmige Dinger, ja. Na doch, wir waren richtig. Jetzt haben wir nämlich Gold-Injektionen. Die machen nämlich zwei rote weg und zwei weiße dazu. Was ich nicht weiß, ist, wenn es keine rote gibt, kann man die dann auch anwenden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hat der Effekt mit diesen zwei weißen Schädeln... ...bringt der was? Bringt es der Leiche was, wenn keine toten Schädel zum Beispiel da sind? Also, keine roten Schädel, sondern nur weiße. Wenn ich den einsetze, gibt es dann trotzdem die zwei weiße? Und die nächste Frage, die ich habe... ...können wir das... ...ne, die Injektionen können wir nicht erforschen. Aber den Späterling können wir noch erforschen. So. Gut. Die Gold-Injektionen kommen jetzt hier rein. Da können wir dann immer gut drauf zugreifen. Wie lange brauchst du noch? Ja, fast fertig. Gut. Gold-Injektion, Silber-Injektion ist am machen. Dann Lauge. Lauge geht nicht, weil dazu brauchen wir... ...um Lauge herzustellen, brauchen wir eine Todeslösung. Und Tod, die Lösung bräuchten wir ein dunkles Gehirn. Das wir nicht haben oder noch nicht bekommen. Oder schwarzen Schleim. Und den gibt es erst im Dungeon Plus 9. Das heißt, Lauge ist schwierig zu machen. Aber wir könnten Kleber machen. Dazu brauchen wir Gesundheitspuder, Lebenslösung. Noch mal eine Lösung. Habe ich echt das richtig gemacht? Moment mal, habe ich das jetzt gerade richtig gemacht? Ja, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Was ist das hier, das hier? Dann haben wir Gold, Silber bekommen wir. Lauge geht nicht, aber einen Kleber können wir machen. Dazu brauchen wir auch nochmal einen Chaos-Extrakt. Und der geht ab... Habe ich hier... Moment mal. Ordnungs. Ja doch, ich habe es richtig gemacht. Ich habe es richtig gemacht. Da brauchen wir Gesundheitspuder. Haben wir noch Gesundheitspuder irgendwo? Chaos-Lösung. Hätten wir eigentlich auch so machen können. Schleim haben wir auch. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Gesundheitslösung hätten wir. Aber wir brauchen Gesundheitspuder. Und eine Lebenslösung. Also haben wir nicht da das, was wir brauchen. Okay, Gesundheitspuder. Puder, Puder, Puder. Das müssen wir bei der Mühle machen. Und zwar mit Innereien zum Beispiel. Bei der Mühle. Das war die Mühle. Innereien. Hoppala, nicht weggehen. Falsche Tasse gedrückt. So, Lebenspuder. Shit, ich habe es falsch gemacht. Wir brauchen Gesundheit. Und da brauchen wir Körbis, Kohl oder Ernteabfall. Shit, ich habe es gerade falsch rum gemacht. Was habe ich gesagt? Körbis, Kohl oder Ernteabfall? Körbis, Kohl, Ernteabfall. Haben wir leider nicht da. Ernteabfall. Nee, habe ich leider nicht. Ist gerade nicht da. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Es ist auch ein bisschen schon kompliziert. Kohl haben wir auch gesagt. Dann nehmen wir hier doch einen Kohl mal mit. Oder nee, ich nehme nur einmal mit. So. Alles nicht ganz so einfach. Kohl. Gesundheitspuder. Und dich haben wir auch. Aber wir brauchen noch einen Chaos-Extrakt. Und dazu müssen wir den Schmetterling hier reinmachen. Und eine Lebenslösung brauchen wir noch. Das ist Gehirn. Da können wir zum Beispiel ein Gehirn nehmen. Lebenslösung. Ja, wahrscheinlich hätten wir es eh schon gehabt. Gut. Alchemistisch Teil 2. Haben wir hier schon. Nee, wir haben nur Säure hier. Okay. Das heißt, wir brauchen den Silberstaub. Die Chaos-Lösung. Und das Ordnungsextrakt. Und dafür bekommen wir... Ui, eine Errungenschaft. Lehrling. Jawohl. So, wir haben ein Silber-Elexier bekommen. Können... Silber-Elexier können wir aber auch nicht studieren, oder? Nee, das geht auch nicht. Okay, Silber-Elexier. Wenn wir noch einen Ordnungsextrakt hätten, könnten wir sogar noch weitere Silber-Elexiere machen. Das sollten wir vielleicht auch mal rangehen. Gut. Dann können wir hier... Wo ist das? Silber-Injektion. Das können wir nämlich auch noch machen. Gut. Silber-Injektion. So. Sehr schön. Silber-Injektion. Für den Kleber brauchen wir noch ein bisschen. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis das Ding fertig ist. Aber wir könnten in der Zwischenzeit... Ich meine, die Zeit ist eh rum. Wie lange braucht es noch? Weil es ist aber fast fertig. Na gut. Dann können wir auch schon mal hier was vorbereiten. Zombiesaft zum Beispiel. Ach, Gesundheitsbruder, braucht man einen. Aber wir brauchen sowieso nur einen davon. So, Zombiesaft. Und jetzt ist das hier fertig. Chaos-Extrakt. Alchemistisch hier. Das Gesundheitspulver. Die Lebenslösung. Und ein Chaos-Extrakt. So, wir bekommen einen Kleber. Und mit dem Kleber... ...können wir... ...nix machen. Moment mal. Ach, halt mal. Ich bin falsch. Ich bin komplett falsch. Ich muss ja darüber hier. Kleber-Injektion. Vier Stück. So, für vier Zombies... ...oder für vier und Tote... ...können wir jetzt ein bisschen präparieren. Das müssen wir mal ausprobieren, wie das genau funktioniert. Vielleicht probiere ich das auch einfach mal so aus. Und hier können wir... ...noch mal eine Blume machen. Einfach, um mal weiteres Ding herzustellen. Blumen können hier bleiben. Blumen können hier bleiben. Das kann hier bleiben. Silberstaub können wir auch mal hier lassen. Und den Torf lassen wir hier. So, dann gehen wir mal schnell schlafen. Und beenden die Folge. Und dann können wir mal schauen, dass wir Zombies herstellen. Und dann müsste es eigentlich doch möglich sein, gescheite Zombies herzustellen. ...die wir gut verwenden können. So, lassen wir es mal so. Und dann, äh... Wie gesagt, dann probieren wir es aus, dass wir es in der nächsten Folge... ...ähm... ...ja, dass das alles klappen wird. Silberelixiere können wir, wie gesagt, noch ohne Probleme herstellen. Also ich glaube jedenfalls, das sollten keine großen Probleme sein. Äh, die anderen eigentlich jetzt auch nicht so wirklich. Für, ähm, Goldinjektionen müssen wir halt erstmal wieder ein Goldelixier kaufen. Da wir ja im Moment noch keinen Goldstaub bekommen, ist das ein bisschen schwierig. Aber, gut, das kriegen wir hin. Früher oder später, die goldenen Elixier kann man ja sehr schön kaufen. Und da wir ja jetzt auch eine schöne Dings haben, sollte eines eigentlich kein Problem sein. Gut, dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss!